Der Auftrag für den Bau eines Flugzeugträgers samt Begleitflotte wäre das deutliche militärische und politische Statement Richtung Russland-China und Konjunkturprogramm für Werften und Häfen. Das Problem ist, in welchem Kontext braucht Deutschland Flugzeugträger und Begleitflotte? Ich meine, das Problem ist, dass Deutschland erstmal lokale Probleme hat. Für die braucht es Luftwaffe und her. Deutschland ist nicht eine Insel. Das heißt, Deutschland braucht auch eine Marine. Es hieß immer Exportweltmeister. Ich glaube, inzwischen ist Deutschland Platz 2 oder Platz 3. Aber deutschen Eignern gehören immer noch eine der größten Handelsflotten. Deutschlands Wirtschaft ist vom Außenhandel absolut abhängig. Daher ist es im deutschen Interesse, dass im Golf von Aden keine Houthis Schiffe bombardieren. Dass keine Chinesen in der Taiwanstraße um Taiwan herum Amok laufen. Dass die Straße von Malacca nicht gesperrt wird. Also Deutschland braucht auch eine Flotte. Das war ja immer das alte deutsche Dilemma. Dass Deutschland als Kontinentalmacht eigentlich sich aufs Heer fokussieren muss. Und das sehen wir ja vor dem Ersten Weltkrieg. Deutschland hatte den größten Außenhandel meines Wissens der Welt. Aber braucht, hatte eigentlich das Problem, dass es keine Flotte hat. Kommen wir wieder vom einen zum anderen. Man konnte sich vor dem Ersten Weltkrieg darauf verlassen, dass die Briten den deutschen Handel beschützen, bis sie es nicht mehr tun. Oder man baut eine eigene Flotte und macht sich die Briten zum Feind. Beides nicht so eine ideale Lösung. Und beides ein furchtbares Dilemma, in dem das Deutsche Reich damals war. Wenn wir jetzt den Flugzeugträger bauen, wäre der gut, wäre das nett, um irgendwie Einfluss auszuüben in Südostasien, China von irgendwelchen Abenteuern abzuhalten, indem wir den mal durch die Taiwanstraße kreuzen lassen. Ja, vielleicht. Aber dann ist das Problem, Flugzeugträger, einer reicht nicht. Man braucht zwei, eher drei. Denn wenn der in die Wartung geht, bleibt er im kürzesten Fall wahrscheinlich sechs Monate drin. Gerne auch mal drei Jahre in der Werft. Das heißt, der Krieg ist vorbei, bevor das Ding aus der Werft wieder raus ist. Deswegen braucht man mindestens zwei, damit man wenigstens einen Einsatz bereit hat. Das ist die Lösung, die die Briten gefunden haben. An sich sagt man eins zu drei. Also die Briten haben aus Geldgründen einfach gesagt, wir kriegen das auch eins zu zwei hin. Dann reden wir von einer noch größeren Aufgabe. Und das alles nur, um im fernen Osten irgendwo Eindrück schinden zu können? Wäre es dann nicht sinnvoller, dass wir den Amerikanern sagen? Denn ich meine, die aktuelle akute Bedrohung ist Russland aus dem Osten. Dafür braucht Deutschland ein starkes Heer und eine starke Luftwaffe. Je stärker das deutsche Heer und je stärker die deutsche Luftwaffe ist, desto weniger braucht Europa im Konfliktfall amerikanische Unterstützung. Was bedeutet, wenn Europa militärisch stark ist und Deutschland ist als Kern Europas, als stärkstes Land Europas, als bevölkerungsreichstes innerhalb der NATO und der EU innerhalb Europas, ist es der Schlüsselpunkt. Wenn also Deutschland starke konventionelle Landstreit- und Luftstreitkräfte hat, dann entlastet es die Amerikaner und eröffnet denen, sich mehr nach Asien zu konzentrieren. Das hat gleich mehrere Vorteile. Europa, Deutschland ist unmittelbar geschützt, man ist nicht von anderen abhängig. Zusammen mit den Polen kann man dann langsam die Russen alleine stoppen, wenn es nötig ist. Das heißt, ob ein Trump dann verrückt spielt und aus der NATO austritt, kann einem nicht egal sein, aber ist kein dramatisches Problem mehr. Das ist eine super Sache und gleichzeitig demonstriert man den Amerikanern inklusive Trump, dass man das Bündnis ernst nimmt. Denn Trump hat Recht gehabt mit seiner Aussage, dass Europa effektiv Schmarotzer sind. Das hat vor ihm ja auch schon Obama gesagt, halt in anderen Worten, etwas freundlich. Aber dass es ein Witz ist, dass die amerikanischen Steuerzahler ihre Söhne eventuell in den Krieg für Europa schicken, weil Europa keine Lust hat, Geld auszugeben. Es ist ja nicht so, dass Europa arm wäre und keinerlei Wirtschaft hätte und sich kein Militär leisten könnte. Nö, es könnte es, es will es nur nicht. Es gibt sein Geld lieber für anderes aus. Und dass das ein inakzeptabler Zustand für die USA ist, es tut mir leid, es sollte Logik schon bedeuten. Hier ist die USA Weltgeltung, kann man wieder reinspielen. Wenn man weltweite Führungsmacht sein will, dann muss man eben auch solche Kosten in Kauf nehmen. Dann muss man auch in Kauf nehmen, ein paar Schwäche, ein paar Bündnispartner, die eigentlich stärker sein könnten, mitzuschleifen, um die einen dann dafür eben die politische Unterstützung geben. Das sind alles Argumente, die man mit heranführen kann. Aber grundsätzlich ist es so, dass eine Konzentration Deutschlands auf Land- und Luftstreitkräfte, die Amerikaner leicht entlasten würden, ihnen politisch entgegenkommen würden, ein gutes Zeichen der Solidarität wäre und ihnen dann ermöglichen würde, sich mehr auf Ostasien zu konzentrieren, was übrigens gleichzeitig auch bedeuten würde, dass Deutschland nicht zwingend in einen solchen Konflikt mit einschreiten müsste. Denn wenn Deutschland riesige Mengen in die Marine steckt, und wir reden hier von erheblichen Ausgaben, also was werden zwei Flugzeugträger kosten, wenn die groß genug sind mit Begleitflotte? 30 Milliarden? Und das ist nur der Bau. Denn dann würde man auch noch Werftkapazitäten aufbauen können. Ich weiß nicht, ob die Maya Werft oder was das ist, die diese Luxus-Kreuzfahrtschiffe baut. Theoretisch hat die eine ausreichend große Anlage, um auch einen Flugzeugträger zu bauen, keine Ahnung. Aber die Ausgaben sind also monströs. Und dann könnte man ja sagen, dann verlässt sich der Rest der Welt auf uns, weil wir im westlichen Wertesystem sind. Was bedeutet, wenn die Regierung, die dann an der Macht ist, sagt, oh nee, mit den Chinesen wollen wir lieber Handel treiben, als Konflikt zu führen, ist der Rest der Welt verlassen, weil er sich auf uns verlassen hat. Also ich glaube, Flugzeugträger ist eine Prestigesache. Ich habe nie einen rechten Sinn in einem Deutschen gesehen. Gibt es ja immer wieder mal, alle drei Jahre wird die Sau ja wieder durchs Dorf getrieben. Deutschland braucht einen Flugzeugträger. Wäre nett, einen zu haben. Aber wenn ich das Geld ausgeben kann, baue ich es in Landstreitkräfte. Das wäre zumindest Land- und Luftstreitkräfte. Luftstreitkräfte kann man ja auch verlegen. Deutschland hat Militärübungen mit Japan und Australien durchgeführt. Und die Flugzeuge sind selber dorthin geflogen. Wenn die Luftwaffe um 180 moderne Maschinen stärker wäre, da könnte man auch mal 60 nach Asien verlegen. Da könnte man auch mal 40 dauerhaft auf Japan stationieren, wenn man das will. Also vielleicht wäre das ausreichend. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung. Und dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal. Und dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal. Und dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal.